22 Marines beim Angriff gefallen. Wir haben nicht genug Ressourcen, um alle Verwundeten... Das von Shang kontrollierte Gebiet liegt hinter uns, Doktor. Aber es ist noch nicht vorbei. Wir brauchen all unsere Leute einsatzbereit. Und Tombstone, Sir? Sie sind nicht unter den Toten. Oh, Scheiße. Okay, okay. Was noch? Wenn sie erwischt werden, wie stehen die Chancen... Wenn Shang sie hat, werden wir sie vermutlich nie wiedersehen. Ihr missionen in Shanghai, Sergeant Recker. Ich weiß gar nicht. Ich bin ein Glück. Nicht die Moderne auf dem Kopf, was denn er war? Nicht die Moderne! Ja, aber sie sollen ihn danach festen! Ich bin ja. Du hast lieber einen Verletz! Leider! Kimbel Iris Grace! Lass ihn in Ruhe, du kackes Fein! Halten Sie mich doch auf, Sars! Rekka! Rekka, bleib bei mir! Bleib bei mir, Rekka! Ich werde deine scheiß Arme! Und dann werde ich die Spion schlappen Herren erfinden und sie damit zum Brei schlagen! Sie und ihre Scheiße, ihr Mann! Ihr Mann? Was für ein Mann? Drehen sie jetzt durch? Du hältst mich für blöd, was? Der Typ mit dem Verband! Ich weiß! So, er lebt noch. Dein Schiff ist die USS Valkyrie, richtig? Was? Was zum Teufel redest du? Du hast keine Ahnung, wen du aus Shanghai rausgeholt hast, was? Lass ihn in Ruhe, du Arsch! Halten Sie mich doch hier! Was wollen Sie? Rekka! 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 Sie sagen, das sei dein Name! Du weißt etwas über... ...Gin Jay. Ich höre sie reden. Über dich. Über Gin Jay. Sie sagen, du wüsstest etwas. Hey, Sergeant! Aufwachen! Du bist Amerikaner! Schon vergessen? Dirk, dein Land wird dich retten! Oh nein! Du wirst hier verrotten! Oh! Du hast keinen Grund, mir zu trauen. Aber ich kann auch nicht alles allein erledigen. Okay. Die ist aber nicht besonders stark. Eine Kette ist nur so stark, wie ihr Schwächstes klingt. Du bist stark und hast die Fähigkeit, uns aus diesem Loch rauszubekommen. Also vertraue ich dir. Verstehst du? Es sei denn, du willst den Gestank hier unten auch in den letzten Stunden deines Lebens riechen. Wenn man, wie ich, eine nukleare Explosion überlebt kann, oder für die Freiheit, wenn du es von dir behauptest, dann wartet man nicht darauf, dass man in Gefängnis bleibt. Was ist hinter dieser Mauer? Gefängnis oder Freiheit? Was ist hinter der Mauer? Herr, nein! Oh, Schepp! Was soll aber nur zu sehen, mit Rang? Baut es dich, in Rang, zu. Kletter! Wenn du dich, in Rang zu kaufen! Was ist das dein Ding? Dass ich mich stehe! Angriff! Schöpfe! Gut, bleiben wir mal hinter dir. Und Dima, wie geht's dir so? Gut, wenn wir zusammenbleiben, überleben wir. Gut, dann bleibe ich mal hinter dir. Was machen wir, wenn ich angeschossen werde? Wenn du leere Kugel einfängst, kann ich nichts machen. Dort bist du Nutzung. Na toll. Okay, ich komme rüber. Scheiße. Oh fuck, da kommt die her. Okay, dann wollen wir mal. Tut gut, um dir das zu tun, was ich am besten bekam. Deine Anwesenheit ist ein Geschenk für mich. Hat für ordentlich Werbel gesorgt. Um Tour und in der Mitte kann man alle meinen Schleusen reichen. Und aus können wir hier alles aufmachen. Hört sich gut an. Vorsichtig jetzt. Schaut die Wache aus. Leise. Okay, da ist sie. Probieren wir mal, sie leise auszuschalten. Und jetzt. Gut, die hätten wir. Kommen die mal. Okay, die nehme ich mir noch mit. Bleib aus dem Lied. Unten bleiben. Wir sorgen für Aufruhr und Verschwinderchen. Scheiße, sie läuft weg. Okay, jetzt aber schnell. Oh fuck. Scheiße, ich muss da hinterher. Scheiße, die mal. Wir sind aufgeflogen. Och scheiße, ich muss da Kontrollturmen suchen. Oh, da geht's ja raus. Oh, scheiße. Na los, Sachsen. Der Schalter. Ich mach ja schon. Okay. Nee, ich seh nach. Hauptschalter, Hauptschalter. Ah, die nehme ich mal mit. Hauptschalter, gut. Scheiße, das ist nicht gut. Ach Mist, meine Deckung hat sich verabschiedet. Oh, scheiße, da kommt noch mehr. Ja. Okay, ich seh mal zu, dass wir hier rauskommen. Ah. Ja. Warte auf mich. Na los, lauf. Es ist nicht weiter. Nicht weiter. Oh, scheiße, Irish, ich helf dir. Okay, ja, alles klar. Na los, komm, Irish. Pack. Wo haben sie ihn hingewacht? Was redest du da? Da vorne ist der Fahrstuhl. Das ist der einzige Ausweg. Wir gehen nicht ohne Pack. Pass auf, ich werde nicht hier unten drauf gehen. Entweder kommst du mit oder du bleibst hier. Irish, wir müssen ihn zurücklassen. Na los, wir müssen weiter. Bricker, vertraust du dem Kerl? Wir haben keine Zeit, über Vertrauen zu diskutieren. Du, ich, wir alle müssen hier raus. Jetzt. Scheiße, da sind Wachen. Das wird nicht einfach, Satz. Ja, fuck, hier hinten seh ich nichts. Ja, fuck, hier hinten seh ich nichts. Okay, ab da rein. Ja, fuck, hier hinten. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Alle so leer. Scheiße! Okay, wir sollten zusehen, dass wir nach oben fahren. Lang her, dass ich hier unten war. Wer ist der Kerl? Dein Partner? Ist der okay? Wo sind wir? Singapur, oder? Ist ja aber komisch. Mein Freund macht Witzel. Ich bin irisch. Ist Wrecker. Weg. Weg. Scheiße, genau. Du weißt nicht, was da oben ist? Keine Ahnung, oder? Das war's aber. Du verstehst es nicht. Warum fühlst du es raus? Lass sie zuerst gehen. Kugeln fangen. Wir müssen den Telefon. Aber ich trau der Sache nicht. Okay, suchen wir uns erstmal eine gute Waffe aus. Okay, als Sekundärwaffe brauche ich einen Sniper. Nehme ich die Scout? Und als Primärwaffe brauche ich ein Sturmgewehr. Ich würde sagen, nehmen wir mal die M416. So, dann wollen wir mal. So, dann wollen wir mal. Wo gehts los und los? Befehlung! Befehlung! Dräckner, das muss auch nicht verschwinden! Dräckner, das muss auch nicht verschwinden. Da musst du schnell zu wissen, wie es das ist. Wir werden den Läden raus. Wie du meinst du? Man hat keinen Blick! Da steht weiter, Läden! gesichert los vorrücken was ist das scheiße noch mehr feinde scheiße ich habe keine kugeln mehr ich brauche eine andere waffe verdammt ich denke mal die von der wache wird auch tun gehen wir mal in die zweite etage passt auf noch mehr wachen ja 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 Da hinten, hockt er. Gut, ich seh mal zu, dass wir von hier oben runterkommen. Ich glaub, wir kriegen Besuch. Na toll, da sind schon die Ersten. Gebt mir Feuerschuss. Wo zum Teufel ist der? Nebel den Tod. Keine Angst, da bin ich ganz gegen Schaffters. Na los, los, gehen wir. Komm, hier rein. Wo ist das? Okay, gut. Das ist gut. Das lohnt sich hoffentlich. Komm schon, Dima. Kriegst du es hin? Ach, dieser Tag. An diesen Tag denke ich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Mal ein Körper, gib den Geist auf. Na los, du musst es weiterprobieren. Ich seh mich mal ein bisschen um. Ne, Ika, A, Utafidee. Ne, wir sind in Kampus, um an B. Was zum Henker sagt er da? Relikopter. Ich brauch mehr Zeit für das Tor. Ich glaub, die kommen hierher. Sie werden bald hier sein. Bereit machen. Okay, ich stelle ein paar Claymos auf. Oh, fuck, da sind sie schon. So, jetzt aber schnell zurück. Das ist doch eine riesen Scheiße. Halt sie auf. Sie seien sich ab, Irish. Feuer bestätigt. Wie gut, dass man Claymos hat. Beamer, wie geht's voran? Los, ich brauch Zeit. Fast geschafft. Die Vertreuerung ist fest. Oh, scheiße. Komm schon, Dima. Hier ist doch noch einer. Komm raus. Friss das hier. Ja. So, gesichert. Gesichert. Sie sind alle erledigt. Läppig war das übel. Geht's dir gut weg? Komm. Okay, Husky, mach das Tor. Ja, 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 ich mach's gut. Ja, das war's. Es öffnet sich. Jetzt aber schnell raus hier. Hey. Jetzt hängt fest, verdammt. Sorry, ich komm's nicht. Wolltige Scheißschlappe. Willst du die Chineser umlegen, obwohl sie uns gerätet hat? Ganz ruhig. Ich scheiß auf dich. Du hast uns verraten. Ich kann das erklären. Scheiß auf. Du bist nicht loyal. Du arbeitest mit Chang. Nein, Chang ist mir scheißegal. Er wollte Jinji's Tod. Es war meine Mission, ihn zu beschützen. Ja, und was hast du ihm gebracht? Er ist tot, verdammt. Nein, ist er nicht. Verdammte Kindsköpfe. Wenn ihr nicht draufgehen wollt, hauen wir jetzt ab. Dennt eure Wache. Wir haben später los jetzt. Diese Scheiße ist doch nicht unfassbar. Wir sollten hier verschwinden. Sartzen, ich brauch Hilfe mit dem Tor. Ich komme schon. Ich habe was für dich. Du hast das Sichtgerät behalten? Aus, das Gott. So lecker sind wir hier. Seht mal. Freiheit. Guter Ort für ein Gefährd. Da hinten sind noch mehr Wachen. Pass auf, wo du hintrinkst. Nehm deine Nähe auf jeden Fall. Irish, ich bin auf deiner Seite. Na klar. Spare dir den Blödsinn. Hätte ich dich in Singapur nicht gefangen genommen, wären wir jetzt alle tot. Und Pack? Was ist mit Pack? Hast du ihn auch gerettet? Okay, ich habe alle markiert. Dann los. Lauft. So. Vorher wechsle ich aber noch meine Waffen. So, ich brauche erstmal wieder ein gescheites Sturmgewehr. Nehmen wir die Skyage. Okay, dann mal los. Ich würde sagen, wir versuchen sie leise auszuschalten. Okay, den schnapp ich mir. Gut, und jetzt der nächste. Okay, den Granatenwerfer habe ich schon. Oh, scheiße. Da stehen ganz schön viele. Moment mal. Oh, scheiße. Da ist ein Truck. Okay, mir bleibt ja wohl nichts anderes übrig. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, jetzt der Truck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. All bats. All bats. Oh, fuck. 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 ich sehe sie scheiße alle meinen deckung oh fuck den muss ich zuerst ausschalten da oben stehen doch welche gut den man von uns mal um die fuck da ist noch eine ganze menge nehmt ihr die an der straße warte ich hole sie mit meiner sniper oh fuck und und Wir müssen uns zurückziehen, los! Okay, probieren wir es mal rechts rum! Irish, Dima, könnt ihr vorrücken? Kümmert euch mal um die beim Turm! Gut, dann rücken wir weiter vor! Ich werde nachsehen! Achtet auf die Anhöhe! Oh ja, da hocken sie! Okay! Kümmert euch um die beim Container! Ja, da ist es, ist du, amerikaner! Oh fuck, da ist ja noch einer! So, los zur Gondel! Noch mehr Gegner! Der Weg ist frei! Die Gondel ist da! Los! Erdlich frei, Slava Bull! Da kommt schon alle Mann rein hier! Komm schon Mann, wir müssen abhauen! Tennis-Metall! Das haben die doch gleich durchgeballert! Ja! Hast du ne beste Idee, Irish? Du hast gesagt, sind hier Werke alle tot! Chang wollte ihn töten! Jetzt ist er auf der USS Berkeley! Deine Mann, in Erfüllungszeichen! Ja! Unsere CIA-Tatung! Wenn Chang herausfindet, wo er ist, dann ist Chinas Zukunft in Gefahr! Scheiß auf Chinas Zukunft! Alle an Bord unseres Schiffes in Gefahr! Begegen können wir nichts tun, mein Freund! Wer bist du eigentlich? Wer zum Teufel ist das? Scheiße! Das ist nicht gut! War das auch Teil des Plans? Heli! Entdeckung! Scheiße! Runter! Ah! Alles klar bei euch? Ich bin am Leben. Der Russe ist tot. Wenigstens starb er als freier Mann. Hoch mit dir. Mach schon. Los. Wir haben einen langen Weg vor uns. Wir haben einen langen Weg vor uns über die 13-Mcm zus� September, bis hin an der Rheuengewichtigt werden. Vielen Dank.